Die Schlüssel gehen alle drüber, wie das aussah. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, aber... Fuck! Ich sehe aber nur einen, es waren doch mehrere, oder? Das waren zwei. Da haben wir die vierten noch. Das ist jetzt aus dem Blickfeld. Ach scheiße, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Wie hätte ich vorher schießen sollen? Wird der andere wahrscheinlich auch eingestiegen sein, oder? Ich habe den zweiten nicht gesehen, dass er eingestiegen ist. Ich habe auch nur einen gesehen. Ich habe keinen beschissenen Fernger, das kann nicht sein. Pass auf Christian, nicht, dass die da rechts irgendwo noch im Wald hocken, da in den Tannen. Mhm. Auf welcher Höhe seid ihr jetzt? Sie hat sich knapp... Ja, siebenhundertdreißig Meter entfernt. Christian ist unten am See. Am Teich. Am See. Dann bin ich hinter euch. Bele kommt wieder. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2018 Ganze, naja zumindest hier Usa Munitionsgürtel, diese fetten Dinger die hier drinstehen, alles leer gemacht. Ist ja eigentlich nicht verkehrt. Ja, das hier ist auch ne fette Mission, der lohnt sich schon. RPK, kann man RPK verkaufen? Echt? Ja, ich glaub schon. Nebenan ist dieses Bennett-Wittens-Catch direkt aufgetreten. Keine Lapuna-Magazin, ja. Irgendwas SD-mäßiges hätte ich jetzt auch gern. Das ist nur 800 Meter von mir entfernt. Die ganzen guten Waffen haben sie mitgenommen, die Wichser. Oder der Wichser. Ja, wie auch immer. Sollen wir uns in Stubby treffen? Davor war doch ne andere. Mission da an der Stelle. Hier ist so ne Flugzeug-Crush-Side-Dingsbombs. Der M24 hat er hier gelassen. Die nächste Mission ist ganz oben im Norden. Beim Damm bestimmt. Genau. Deswegen wundere ich mich, warum ihr sagt, die nächste ist hier in der Ecke. Hier nebenan, die wird mir noch angezeigt. Ja, weil sie noch nicht weggeploppt ist. Weil Christian da rumrennt. Ja, auf der Map ja auch. Ja. Nicht die, wo wir jetzt gerade sind, sondern die, die davor weggemacht wurde. Wo jetzt der UHZ wegfährt. Das ist der Humvee und das ist Christian. Ne, der UHZ. Beim Flugzeug, wo das Flugzeug abgestützt ist. Hä? Ja, hier, ich seh die auch. Hier ist ne Mission neu. Er hat recht. Wo denn? Hier ist ne, neben nem Flugzeug. Es sind NPCs. Oh, Tatsache. Ich hab gedacht, das wär die alte. Oh, sorry Leute, ihr habt recht. Ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt grad jemand in der Uhr steht. Negativ. Was? Sechs rennen da auf jeden Fall rum. Bei der Kiste. Da wird auf jeden Fall geschossen. Ja, auf mich schießen die. Echt jetzt? Vermutig die Dreckspisser. I shouldn't sense ihn. VerwIRd. Na, vierst Farge. Masken fällt. I FRG. Er duckt dich doch in dem Moment, du Spacko Vieh, alter. Ah, lol, da stehen ja auch voll viele. Hinten beim ORZ rennen wir nach oben, Richtung Norden, dass sie in meine Richtung laufen, weil ich bin im Norden. Ach, da hinten ist auch noch eine Mission, alles gut. Wow! Ja, zwei sind hier irgendwie, oder verteilt der ganze Scheiß auf jeden Fall. Die Spackos sehen mich zuerst, bevor... Da sehe ich anrennen. Fuck, hinter mir wurde geschossen. Es sind zwei, Dinger, ne? Ich hab gesagt, ich hab mich in der Scheune gerettet. Ja, ich dachte, du wirst noch auf der ganz anderen Seite. Seht ihr die Hauptstraße unten? Pass auf, Buko, da rechts wurde auf mich geschossen. Läuft da einer von euch im Schwarzen? Ich glaub, definitiv nicht. Übers Feld rüber? Nee. Ist grad sehr unangenehm hier. Ganz unangenehm. Weil da ist ja grad ein Spieler langgelaufen. Da, ich sehe einen. Wo? Er schießt auf mich, er schießt auf mich. Er ist hier direkt geradeaus. Direkt geradeaus auf dem Feld. Er hat sich hier hingelegt. Da, da, da ist er, da ist er, da ist er. Hier direkt geradeaus. Ein ganz kleines Stück nur. Steht jetzt wieder auf? Läuft zur Straße hin? Ja, zwei Stück sind das, zwei Stück sind das. Das sind NPCs, ne? Ja, ich glaub schon. Auf einen hab ich grad geschossen. Aber nicht getroffen. Boah, bin ich schlecht. Der ist am Hausbuch. Pass bloß auf. Läuft noch einer an dem Wald da rum. Weiße Klamotten. Ja, kriegt noch einer. Ja, genau. Top, weiße Hose. Oh, verdammt. Komm in die Kirche rein. Komm in die Kirche. Hinten bei der Kirche seid ihr. Ja, wir sind jetzt in der Kirche drin. Ich brauche ganz dringend schmerzlösen. Ja, ich brauche ganz dringend schmerzlösen. Ich glaub der schießt auf mich oder auf uns, ja. Aha. Aimbot. Seid ihr noch in der Scheune? Ne, wir sind in der Kirche jetzt. In der Kirche. Wir werden hier ein bisschen umzingelt. Von Zombies und NPCs. Also außerhalb der Momon von der Kirche sehe ich nur bisschen Zombie-Bewegung. Auto? Das bin ich. Ja. Denk daran, dass da zwei NPCs rumlaufen, ne? Ne, einer nur noch. Ich hab den einen erwischt. Okay. Ich sehe euch beide einen gerade rauslaufen. Von euch beiden. Hier rechts in dem Waldstück ist irgendwo noch einer. Irgend so ne Bitch. Weißer Turban, blaues Oberteil. Die hab ich nicht erwischt von da oben. Ich sehe sie da gerade aber auch nirgends. Die Mission hier ist clear. Die war aber vorher wohl schon clear. Die war vorher schon clear. Und ich hab dann... Da unten hab ich noch ordentlich Viecher erschossen. Da stehen auch Autos rum. Ihr lauft ja gerade, ne? Übers Feld. Ich lauf mal da hinten hin, wo die anderen Autos sind. Fahr da hin. Ich glaub hier hab ich alles platt gemacht. Zumindest hat sich vorher nix bewegt. Na jetzt ist er under control. Ich brauch doch mal eben Schmerzmittel. Hast du was? Ja, so ne Leiche hat er was. Okay. Ich komm halt durchgelaufen. Ich komm halt durchgelaufen. Ah, da hat er grad doch geschossen. Oder warst du das? Michi? Ja. Ja. Also hast du nicht geschossen? Nein. Gut. Dann ist das die. Oder der. Die wohl eher. Hast du ihn? Ja, Haben. Gut. Da läuft noch einer. Haben. Nicht. Der saß voll drin. Jetzt aber. Haben. xy. Ich hab's auch grad gelesen. Hat er ihn abgeknallt oder wurde er abgeknallt? Die haben sich beide abgeknallt. Ja. Ach die Leute. Ja. Die sogar mal nicht den Klamotten ausziehen von den Spackos. Ja. Ja. Auf mich. Wo? Ich weiß es nicht. Ich war am SUV dran. Äh am UHZ dran. Da wurde auf mich geschossen. Am welchen? Am oberen oder am unteren? Unteren. Da hätte ich aus dem Wald kommen. Oder nicht. Alter. Wow. Von vorne. Der schießt auf den. Der schießt auf den. Auf den ähm. Oh Alter. Wo soll ich denn hingehen? Die Schlüssel kommen vom roten Gebäude. Habe ich das Gefühl. Könnte sogar gut möglich sein. Das ist kein NPC. Nee. Bin ich auch der Meinung. Und ob das ein NPC war. Ja. Er ist tot. Der hat geballert wie so ein... Weiß ich auch nicht. Das war ne Tusse gewesen. Also. Was war das die vielleicht? Die ich vorhin meinte. Tusse sind ganz schön aggressiv. Schlampen. Haben Haare auf die Zähne. Die Mischschlampen. Ah. Direkt schnutten. Ah gut. SUV verkaufen. Hamwi verkaufen. Waren da oben in den Boxen noch Waffen drin eigentlich? Nee. Dann schnapp ich mir den UHZ von oben vom Feld. Ja. Ja. Ach du drittige Ziege. Bam. Ich hab... Die arme Ziege. Oh ja. Dafür, dass du die getötet hast, musst du jetzt den Code Simulator da kaufen. Den Simulator scheißen. Scheiße, nee. Also von den Fahrzeugen hier alleine hat sich schon mal gelohnt. Teller. Das ist auch schon egal. Das ist einfach. Ich hab mich wieder getötet. Ich hab mich nicht mehr. Ich hab mich nicht zu sehen. geredet ihr.